Hi und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge The Elder Scrolls Online in drei Minuten. So, wir haben ein Problem und zwar ist es halb vier morgens und ja, der hat 2,7 Millionen Leben. Den bekomme ich nicht so einfach alleine down. Das ist ein Problem. Außerdem habe ich noch was umgestellt. So, ja, was machen wir jetzt? Es ist eine gute Frage. Wir können das Viecher noch killen. Theoretisch ist man anbissieren, beziehungsweise wenn wir das mal anbissieren könnten, doch geblockt. So, gut. Wir machen leider noch nicht so alt, ja, nicht allzu viel Damage. Das ist das Problem, warum wir den Typen da auch nicht down bekommen. Ja, da müssen wir noch was machen. Und... Ich bin nicht im Kampf. Was bist du eigentlich? Ich bin doch nicht im Kampf, ey! Okay, anscheinend bin ich noch im Kampf. Wir können da mal durchgehen. Ein paar XP-Farmen, ein paar Sachen sammeln. Weil... Ja... Dann halt nicht... Auch gut. So! Äh, ne, 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 ne. Da wollte ich eigentlich nicht rein. Ich wollte... Wollte ich da rein? Ähm... Ne, das war Vorbahnmohrer, ne? Okay. Ähm... Können wir doch einfach mal den hier... Den hier machen. So... Können wir mal ganz kurz machen. Und... Ja... Dem ist so cool. Ich weiß nicht, warum mir das angezeigt wird. Ähm... Genau dem hier... Dem hier... Mein... Mal dann lieber was sagen, so. Wollte eigentlich ursprünglich sagen, wir können den hier mal platt machen, aber... Auch gut. Ups. Wollte ich ja eigentlich nicht, aber ja. So, Bergblume. Die werden wir noch brauchen. Werden wir alles noch brauchen. Ähm... Also ich sammle schonmal alles. Und dadurch, dass ich ja eh eh so Plus hab... Wird das ja eh in den Handwerksbeutel... Gelegt. So. Jetzt wird mir da was angezeigt. Kannst du das bitte nicht? Okay. Das da. Da... Da wollte ich hin. Gut. Dann gehen wir noch ganz kurz durch. Und dann nächste Folge schauen wir in Bamora weiter. Dann macht der damit den... Doppelgelegen nicht. Bin verwirrt. Ähm... Was ist denn grad los? Warum ist der so buggy? Okay. Warum bin ich so buggy? Weiß es nicht. Äh... Life is strange. Es is strange. Ne, keine Ahnung. So. Zwei mach ich noch Platz. Und dann... Äh... Was? Wir machen diese Folge. So. Echt zu wenig Mana. Da mag ich ja. Der Bär kann ein Problem werden. So. Weg is er! Gut. Ähm... Ich kann mir noch looten. Dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Macht's gut allein. Ich bin raus. Ciao, ciao.